Vielleicht noch ein Wort zur Mutter Gottes. Also wenn ich daran denke, wie gerade hier in Deutschland, ja, man will ihr wirklich ja das Wirken verbieten. Das ist ja auch die, wir haben es heute Morgen gehört von unserem Priester, auch eben Fatima, diese fünf Bereiche eben der Sünden gegen das unbefleckte Herz Mariens. Gott schickt Maria uns zur Hilfe, damit sie uns hilft. Und das sind ganz wirklich schwere Sünden gegen die Mutter Gottes, die von den Gläubigen begangen werden, sie abzulehnen. Das ist nichts Geringes, weil damit lehne ich Gott ab. Wenn ich alleine mal wirklich so sage, wenn ich nur darüber nachdenke, die Mutter Gottes ist die Mutter Jesu. Ja, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Problem mit mir, aber mit ihr. Aber jetzt mal ganz ehrlich gesagt, die Mutter Gottes ist die Mutter Jesu. Ja, und wenn ich nur da wirklich ein bisschen drüber nachdenke, muss ich sagen, ja, die Mutter von Jesus, ja, die Mutter Gottes, ja, die hat uns das Heil gebracht. Ach, boah, ja, was muss das für ein Mensch sein? Auch wenn ich so bleibe, viele sagen ja immer, reiner Mensch, war sie ja auch. Okay, Jesus war Gott, auch Mensch und Gott. Mutter Gottes war reiner Mensch. Aber genau das ist ja das Tolle. Ja, weil Gott uns damit zeigt, ja, wirklich werdet wie Maria. Natürlich, sie war vorerlöst, unbefleckt empfangen. Ja, natürlich, die Gnaden der Erlösung wurden ihrem Voraus geschenkt durch das Opfer Jesu. Da beginnt eigentlich unser Heil auch drin in dieser Unbeflecktheit Mariens. Ja, aber sie war völlig frei. Sie war keine Marionette und Gott hat ihr Ja gebraucht. Und die Mutter Gottes hat ein richtiges Ja gesprochen. Bis unters Kreuz hat sie das gelebt. Ja, und sie hat uns vorgelebt, ja, wie auch wir als Mensch leben sollen. Dass wir auf Gott eingehen sollen, ja. Ja, und dass wirklich das Reich Gottes in uns beginnt. Und eben, und sie ist eben Fürsprecherin für uns alle geworden. Und unsere große Hilfe, ja, wir sind nicht alleingelassen. Und wir merken ja auch alle, wir brauchen eine Mutter. Und Jesus hat sie unserem Kreuz zur Mutter gegeben. Das ist ein Testament. Das muss man alles mal betrachten. Ja, Jesus hängt am Kreuz im Todeskampf, ja, und gibt dann seine Mutter uns zur Mutter, ja, und sagt, siehe deine Mutter. Und wir müssen wirklich hinsehen, ja, und wirklich sie anschauen. Ja, sie ist da, sie ist lebendig. Mutter Gottes hat den Vater, dem hat zum Beispiel auch gesagt, die eine Sünde gegen ihr unbeflecktes Herz ist auch eben gegen ihre geistige Mutterschaft. Ja, dass das ganz schlimme Sünden sind, die gesühnt werden müssen, die wir für andere auch gut machen können. Gott sei Lob und Dank, Barmherzigkeit Gottes, die dies begreifen und die mit Maria eins werden. Ja, die tun Sühne aus Liebe für die Menschen, die unwissend sind. Ja, die es nicht verstehen wollen. Ja, die verschlossen sind und denen einfach diese wahre Lehre nicht mehr gegeben wird. Und Gott sei Dank gibt es so Menschen überall. Ja, Mutter Gottes hat durch Fatima ein großes Sühnewerk ins Leben gerufen. Also das ist ja eben nicht unabhängig von Gott. Ja, wie viele immer meinen, Marienverehrung bleibt bei ihr stehen oder so. Ja, so ein Blödsinn, ja. Mutter Gottes geht zum Gott, ja. Und es gibt keine übertriebene Marienverehrung, ja. Das sind deutsche Hirngespinste. Das muss ich mal ganz klar sagen. Sondern wir müssen Angst haben, Maria zu wenig zu lieben und zu verehren. Ja, weil das ist der Wille Gottes, die Marienverehrung. Ja, da kannst du nicht viel falsch machen, ja. Weil wenn du Maria liebst, dann liebst du Gott. Ja, das ist ja so, wenn du ein schönes Bild gemalt hast und ein Mensch verehrt dieses Bild, hängt es auf, betrachtet das Bild, lobt dieses Bild, dann lobt er dich. Du fühlst dich geehrt. Und bei Gott ist das auch so. Wir loben durch Maria die Gnade Gottes. Wir beten Maria nicht an. Ja, und vor allen Dingen, was erleben wir denn durch Maria, wenn wir sie verehren? Wir erleben Gott. Ja, das ist ja so interessant. In der ganzen Welt, wo Maria eingreift, ob in Fatima, in Medjugorje, in der ganzen Welt und diese vielen kleinen Orte auch. In Deutschland gibt es so viele kleine marianische Heiligtümer. Ja, und überall erleben wir das. Ja, dieses Gnadenwirken durch die Mutter Gottes. Wer kommt durch Maria immer noch? Ja, das Wort ist Fleisch geworden. Es wird immer noch Fleisch durch Maria. Da kommt der Heilige Geist. Ja, da gehen die Leute beichten, gerne beichten. Und nicht, weil sie Minderwertigkeitskomplexe haben, sondern weil sie erkennen, wow, toll, ich kann beichten. Schön. Und zu Eucharistie und all das. Da lebt die Kirche, da atmet die Kirche und die Christen, da lebt man auf, man wird neu geboren. Ja, und dann vor allen Dingen eben auch die ganzen Charismen und Berufungen und alles im Zusammenhang mit der Mutter Gottes überall. Ja, wirklich, da blüht das Leben auf, im Kleinen und im Großen. Ja, ich persönlich habe es erfahren auf meinem Weg und ich sehe es überall. Ja, einfach wirklich ein Mensch, ein Christ, der sich Maria anvertraut, der sie einfach annimmt als die, die sie ist. Ja, unser Vorbild und unsere Hilfe. Ja, sie ist nicht Gott, sie ist unsere Hilfe. Und ich erlaube mir auch wirklich daran zu denken, die Sünde gegen den Heiligen Geist, die am Ende keine Vergebung findet, wie Christus gesagt hat, ich sehe die auch gerade in dieser Ablehnung der Mutter Gottes. Wo ich wirklich das denke, es ist eigentlich so offensichtlich, so klar, so einfach zu verstehen. Ja, Maria ist die Mutter der Kirche und die Kirche hat kein Problem dagegen. Ja, und die Kirche sagt zum Beispiel, das Zweite Vatikanische Konzil sagt, da hinten habe ich es auch ausgelegt, am Schriftenstand in den kleinen Flyern, könnt ihr es nachlesen. Ja, wie köstlich, welche Worte der Heilige Geist durch die Kirche da spricht, dass die Mutter Gottes nach ihrer Aufnahme in den Himmel ihre Sendung nicht niedergelegt hat, sondern sie fährt fort, ja, das zu tun, ja, ihrem Sohn zu helfen in diesem Werk der Erlösung. Ja, und wir sehen es doch, wir erleben es doch und wir erleben, wie die ganze Kirche bröckelt und bröselt und zusammenfällt, ja, und mitten da drin in diesem ganzen Trümmer Maria mit ihren Kindern, ja, und da entsteht was Neues. Ja, die Kirche geht nicht unter, ja, aber die Kirche ganz klar, die Kirche ist marianisch, ja, vom Wesen her kann man sagen. Das sind einfach ganz klare Dinge und wir müssen halt aufpassen und wenn wir diese Vorurteile haben, ja, und wenn wir dann schlaue Köpfe hören und so weiter, da die gegen die Mutter Gottes reden, ja, wir müssen auf der Hut sein. Und wichtig ist, dass wir einfach wirklich die wahre Lehre kennen, ja, dass wir die Heilige Schrift auch kennen. Zum Beispiel, Maria ist uns angekündigt in Genesis im dritten Kapitel und so weiter, ja, eben gerade dieser Kampf zwischen Satan und ihr und dann diese tolle Voraussage, sie zertritt Satan das Haupt und das hat sie so oft gezeigt und dann in der Offenbarung des Johannes im zwölften Kapitel, dann erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau. Ja, Gott selber hat uns Menschen Maria zum sicheren Zeichen, zum Zeichen der Hoffnung aufgestellt. Ja, sie ist wirklich die Arche, ja, des neuen Bundes, ja, die ist die Schatzkammer Gottes, ja, und sie breitet den Mantel über ihr Kinder auf, die zu ihr rufen und sie vereint uns auch, sie führt uns und ich glaube, das erlebt jeder auch von uns und das sagt sie zum Beispiel auch in Medjugorje hat sie das öfter gesagt, ja, ich vereine euch, ich führe euch zusammen. Die Leute sagen immer auch ohne jetzt zu übertreiben, ja, man merkt doch, das sind doch nicht wir, die das machen, ja, auch untereinander, was da geschieht. Und dann dieses Gnadenwirken des Heiligen Geistes, das ist eben ein Geheimnis eben in Verbindung mit Maria und vor allen Dingen, ich finde das so schön auch, die Demut Jesu und seine Liebe zu Maria, vor allen Dingen, dass er gerne die Erscheinung hat, auch die ganze Kirchengeschichte hindurch, die Mutter Gottes, wo er auf ihrem Arm ist. Ja, und wir haben große Zeugen, zum Beispiel der heilige Lukas, seine Ikone in Maria Maggiore, der eine oder andere von euch war vielleicht schon mal da in Rom, er hat die erste Ikone über die Mutter Gottes gemalt, ja, Maria mit dem Jesuskind. Sie hat uns das Heil gebracht und sie fährt fort, uns das Heil zu bringen, ja, auch wenn Jesus das Erlösungswerk einmal, aber es setzt sich fort, es muss in das Leben jedes einzelnen Menschen kommen, jeder von uns muss erlöst werden. Und Jesus ist so in der ganzen Welt, es sind tausende von Erscheinungen gewesen in diesen 2000 Jahren mit der Mutter Gottes, wo das Jesuskind sich auf ihren Armen zeigt, ja, das ist so schön, weil Jesus will, er ist durch seine Mutter, wollte er kommen, und er hat sich ihr selber ja anvertraut, ja, 30 Jahre lang, er ist von ihr geführt worden, genährt worden, alles. Was muss das für eine Frau sein? Und er ist eben da, er kommt weiter durch seine Mutter und das erleben wir und dafür sind wir Zeugen. Ja, und es funktioniert nicht, die Erlösung funktioniert nicht ohne Maria, dann haben wir Stückwerk. Also es ist ganz gesund, die Mutter Gottes zu verehren. Und dann vor allen Dingen, wie wichtig das ja auch alles ist, was sie sagt, wenn wir nur daran denken, in Fatima hat sie den Zweiten Weltkrieg angekündigt, der Erste Weltkrieg ging zu Ende, ja, eben wie dringlich alles ist, genau das Gleiche, genau das Gleiche auch in Medjugorje, am 10. Jahrestag ist der schreckliche Krieg dort ausgebrochen, ja, der Himmel will das nicht, die Mutter Gottes will das nicht und das sagt sie auch, wenn ihr euch nicht bekehrt, wird das geschehen. Ja, wenn ihr aber hört auf Gott eben durch mich, ja, dann werdet ihr sicher sein, gut. Und jetzt können wir natürlich nochmal sagen, was ich gerade gesagt habe, eben dieses Werk der Sühne, jetzt kann man sagen, ja, Fatima, was war denn, ich habe da mal einen Priester gehört, der hat das tatsächlich so gedeutet, also Fatima so ungefähr war für die Katz, weil der Krieg ja doch kam, ja, muss man sagen, gut, der Krieg kam, weil wir nicht gehört haben, aber die Mutter Gottes hat auch dieses große Heer gesammelt, ja, wirklich die mit ihr arbeiten, die verständlich sind, die mit Maria eins werden, sich ihr weihen, also worauf ich hinaus will, wirklich, wo haben wir unsere Sicherheit, ja, wenn wir sagen, überall der Sturm, dieser geistige Sturm, die Kirche, alles, oh, schrecklich, jetzt ziehe ich mich zurück, wir ziehen uns nicht zurück, wie wichtig ist, dass wir stehen bei Maria, dass wir stehen beim Kreuz, dass wir stehen beim eucharistischen Jesus, ja, dass wir die Sakramente nutzen, das ist ganz wichtig, da haben wir wirklich unsere Sicherheit, ja, die Kirche geht nicht unter, die Kirche ist siegreich, auch die Niederlagen letztendlich, wenn wir guten Willen sind und mit Gott gehen, das alles muss sein, Pater Piotr gesagt, lieber eine leere Kirche als eine entweite und das muss ja alles niedergehen, gleichzeitig aber eben wächst was Neues, ja, also ich kann das von hier vorne sagen, ich sehe euch, ihr seid viele und ich sehe Menschen wirklich, in denen Gott im Leben ist, wie ich auch am Anfang gesagt hatte, am Werk ist, ja, es entsteht wirklich was Neues, ja, es geht zurück zum Ursprung, ja, und wir dürfen dabei sein und das alles ist wunderbar. Vielleicht, was mir noch ein kleines Anliegen ist, ja, dass wir wirklich so gerade in den Heiligen Geist auch die Kraft des Heiligen Geistes erleben und die Geister unterscheiden wirklich in unserem Denken eben, wie ich eben schon versucht habe, rüberzubringen, so Sache des Verstandes, dass wir wirklich von Gott her denken, dass wir auch die ganze Geschichte von Gott her sehen. Wir wissen, Gott hat Pläne des Heils, ja, und da ändert er nichts dran. Gott ist nicht launenhaft, er ist treu, er liebt uns und er will wirklich, dass wir verständlich sind, dass wir mit ihm arbeiten, mit ihm wirken, für die anderen, nicht mehr für uns leben, ja, und, ja, prüfen wir uns da auch, was wir so im Sinn haben, uns festmachen, wirklich am Wort Gottes, ja, immer wieder unsere Festplatte abrufen, ja, und da kann nichts schief gehen, ja, und wenn man auch mal einen Fuß daneben gesetzt hat, ne, die Mutter Gottes wird sorgen, dass wir wirklich auf dem richtigen Weg bleiben, denken wir dran, es lohnt sich, es lohnt sich wirklich, ja, wir haben eine ganze Ewigkeit, die wir genießen dürfen, Jesus hat oft vom Lohn gesprochen, ja, für die, die aushalten bis ans Ende, die festhalten am Wort Gottes, ja, wir werden erprobt, ja, die, der Himmel ist heilig, Gott ist heilig, ja, und wirklich, und das ist wichtig, dass wir das, dass uns das auch heilig ist, Gott muss uns heilig sein, das ewige Leben soll uns heilig sein, und unsere Mitmenschen wollen wir wirklich tragen, ehrtragen, um die streiten, auch wenn es oft schwer ist, dass wir wirklich immer wissen, es ist alles im Heilsplan Gottes, wenn wir wirklich mit Jesus und Maria gehen, und am Ende wird alles offenbar werden, ja, das ist auch keine nette Geschichte so, sondern Gott hat uns das offenbart, ja, am Ende wird alles offenbar, die Engel des Himmels werden uns alle Menschen zusammenführen, das ist dann nicht das persönliche Gericht, sondern dann nochmal das Endgericht, da sehen wir uns alle wieder, und dann wird das Leben eines jeden, das Werk eines jeden wird dann offenbar sein, und die einen werden zur unvergänglichen Herrlichkeit mit Christus auferweckt werden, zum ewigen Leben, und da will ich euch auch alle wieder sehen, keiner darf fehlen, ja, ja, ich freue mich da wirklich drauf, ne, das ist, das ist, das ist wahr, ja, ja, und das ist schön, und also denkt wirklich dran, es lohnt sich, ne, wirklich, es lohnt sich, und seht alles im Glauben, ja, auch wenn ihr heute hier rausgeht, wirklich bis, bis wir uns im Himmel wiedersehen, alles im Glauben sehen, alles, was passiert, auch wenn die ganze Welt zusammenfällt, ja, ich muss jetzt Schluss machen, sonst darf ich nicht mehr wiederkommen, also, bleiben wir dran, bleiben wir treu, ja, und danke, und ich rechne mit euch, weil Gott mit euch rechnet, und, ne, tausend Dank euch, ja. Applaus Applaus Applaus